Hallo ihr Lieben, ich bin Anna und ich möchte mit euch gerne Abenteuer erleben. Habt ihr Lust? Ich habe noch zwei Freundinnen, die rufe ich gerade mal. Marion, Sabine. Ja, ich komme. Was gibt es denn, Anna? Ja, ich wollte, dass du dich mal vorstellst bei unseren Zuschauern. Ah, oh, okay. Hallo, wie geht's euch? Ich heiße Sabine und ich bin zwölf Jahre alt. Genauso wie Anna, sie ist auch zwölf. Ich rufe mal eben Marion. Marion, Marion. Ja, ich komme. Was gibt es denn, Sabine? Ja, Marion, guck mal, da sind unsere Zuschauer. Sag doch auch mal Hallo. Ach, hallo. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ja, was machen wir denn heute? Gibt es denn wieder ein neues Abenteuer? Ich bin schon so gespannt. Ja, Anna, erzähl doch mal. Gibt es wieder ein neues Abenteuer? Ach, das ist immer so schön. Wir, zu dritt, die besten Freundinnen. Ja, ich habe auch schon eine Idee. Ja, ich habe auch schon eine Idee. Da hinten gibt es ein ganz tolles Baumhaus. Das habe ich gesehen. Das wollte ich erkunden. Liebe Kinder, wollt ihr mit? Ja, kommt mit. Ja, kommt mit. Ja, kommt mit. Das ist immer so schön. Ja, ja, ja. Aber zuvor müssen wir uns ein bisschen Proviant mitnehmen. Oh, an was hast du gedacht? Ja, ich dachte, wir nehmen uns ein bisschen Kuchen mit. Ach, ich liebe Kuchen. Und du, Marion? Ach, ich mag lieber nur Brötchen. Ich könnte mir so vorstellen. Ein Brötchen, belegt mit Schinken und Käse. Oh, vielleicht noch eine Gurke drauf. Mh, wie lecker. Ach, du mal mit deinem Deftigen. Ich möchte auch lieber gern was Süßes. Vielleicht so einen leckeren Donut. Mh, schaut mal. Da ist doch so eine Konditorei. Komisch. Die haben ja gar nichts in ihrer Auslage. Hä? Da war doch immer Kuchen und Torte und Brötchen. Was ist da bloß los? Hm, ich glaube, die Alarmanlage, die blinkt. Was ist da los? Oh je. Da werden wir wohl, glaube ich, erst mal diesen Fall hier lösen müssen, bevor wir zu dem Baumhaus gehen. Schade. Und ich hätte mir so gerne Proviant mitgenommen. Oh ja, ich auch. Und ich wollte so gerne das belegte Brötchen haben. Hm. Wir müssen aber erst mal gucken, was hier los ist. Kommt, lasst uns mal reingehen. Mal gucken, ob da in drin irgendwas ist. Ob wir jemanden finden. Oh ja. Oh ja, los geht's. Seltsam. Hier in drin ist überhaupt gar nichts. Marion, wo bist du? Ich bin oben. Ich bin oben. Schau mal. Oh, da hat einer einen Löffel liegen gelassen. Komisch. Die ganze Konditerei und nur ein Löffel. Was ist hier passiert? Sehr, sehr komisch. Nur dieser eine Löffel. Hm. Wir müssen dem Ganzen auf den Grund gehen. Liebe Kinder, habt ihr Lust, mit dabei zu sein? Dann schreibt das in die Kommentare. Wir wollen diesen Fall lösen. Und dann schreibt das in die Kommentare.